Und damit zum Antenne Düsseldorf Wetterservice wird ein toller Tag heute, Sonne satt, 18 Grad, kaum ein Wölkchen am Himmel läuft. Ich bin Tanja Marschall, schönen guten Morgen. Was war das für ein Sieg für unsere Fortuna, wirklich unglaublich. 4 zu 0 gewonnen in der Arena, ausverkauftes Haus, 3 Tore in den letzten 15 Minuten. Jetzt scheint alles möglich zu sein, auch der Aufstieg. Dennis Lieske und Tanja Marschall. Das Antenne Düsseldorf Morning Team. 100% für Sie dabei. 100% für unsere Stadt.